Ja moin hier Frühaufsteher und Langschläfer, da sind wir wieder mit einem kleinen, mit einer neuen Sendung. Heute, wir essen Pancit, das ist so ein Nudelgericht, da sind ganz viele Nudeln drunter in Soße, mit Fleischstücken und Kruste, kleine Eier, dann werden da Zwiebeln zugemixt mit Kalamanzi und Dingsbums. Und dann sitzen wir hier in so einem Kubo. So, das sind diese Häuser hier, so ein kleines Restaurant hier, da hinten steht die Kiste, läuft wieder. Ja, das wollte ich nur kurz zeigen, hier gibt es auch noch, oh, da habe ich gerade mein Geld verloren. Madame Salamat. Ja, hier gibt es dann noch so andere Sachen, so Nüsse und Weingummis. Und, 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 Dingsbums. Und hier machen die auch immer sowas wie, ja, das ist so eine Art Tiramisu-Ding. Aber die hauen aber noch Früchte mit rein und so. Dann gibt es auch so normale Sachen, Madame Salamat, dann gibt es auch noch so normale Sachen hier, sowas. Und, hier gibt es auch Creamline, die Kühlbox, die wollten wir eigentlich auch haben für unser Geschäft. Du kostest 4.000 Pesos einmal und dann kriegst du die Kühlbox und halt die Bestellung für 4.000 Pesos. Jetzt kannst du schon mal was bestellen und, ja, aber der kam, der kam nicht zu Podde irgendwie. Und, ähm, dann habe ich noch einen anderen Agent angerufen und ihm gesagt, hier komm mal vorbei jetzt. Ach, das hat mir dann zu lange gedauert. Ja, so sieht das dann aus hier, ne. Jetzt gibst du erstmal lecker Nudeln. Ähm, Bibi, what is she doing there? She's eating the Coke or what? Maha, don't do that. Unbelievable. Ja, but you not. Ja, nein. Unfassbar, was wir da gerade wieder mit festschalten mussten. Die Kleine spielt mit dem Glas, wo Cola drin ist. Unglaublich. Nichts ist genug, Robin? Ich weiß nicht, was hier los ist. Reingehauen und wieder oder wieder nicht vorbeigeschauen. Ah, Lin. Oh, ich bin nicht mehr. Oh, ich bin nicht mehr. hoch, ich bin nicht mehr. Oh, ich bin nicht mehr. Okay, dann wird das Recht. Und dann wird das Recht. ques.